Ich heiße Sarah. Ich bin 14 und lebe in Berlin. Meine Eltern sind getrennt, seit ich klein bin. Für viele bin ich einfach nur die Schlampe. Aber ist man eine Schlampe, weil man mit Jungs geschlafen hat? Ich habe einfach mehr mitbekommen als andere. Wenn man 13 ist, kommt richtig viel auf einen zu. Party, Alkohol, Drogen. Deine Freunde machen Party. Sie rauchen, sie trinken, sie kiffen. Du probierst das aus. Du denkst, das ist nicht schlimm. Du gewöhnst dich daran. Und dann machst du das jedes Wochenende. Und irgendwann merkst du, dass es täglich so läuft. Ich denke, ich habe Ahnung vom Leben.